Herzlich Willkommen zum Sengarden Paraguay Bautagebuch, heute Teil 2. Ja, und wieder mit Martin und ich möchte Ihnen heute mit ein paar Slides, also nur Fotos, den Fortschritt zeigen, den wir in der letzten Woche gemacht haben. In diesen Videos fokussieren wir uns immer ganz, ganz stark darauf, Ihnen zu zeigen, den Hauptfortschritt, das heißt da, wo die meisten Arbeiter daran gearbeitet haben, Ihnen zu zeigen, damit Sie sehen können, damit Sie sich ein Bild machen können, wo geht es momentan sehr, sehr schnell und gut voran. Natürlich, auf so einer Baustelle gibt es parallel noch andere Tätigkeiten. Bei uns zum Beispiel, wir bauen noch den Tiefbrunnen, daneben wird ein Pflanzenklärwerk gebaut, es werden die Kabelschächte bereits vorbereitet, Solarlampen sind installiert worden und, 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 und. Aber diese speziellen Sachen, die werden wir in eigenen kleinen Videos zusammenfassen, und zwar auch über einen größeren Zeitraum, dass man hier viel schöner sehen kann, was ist passiert, wie sieht es während dem Bau aus, und genau deswegen von meiner Seite jetzt keine Unterbrechung mehr, ich spiele Ihnen ein bisschen Musik noch mit ein und genießen Sie die Bilder von dem Bautagebuch Teil 2. Ihr Sengarden Paraguay Team. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020